Der spektakuläre Ausgleich, falls Sie das Tor nicht gesehen haben, falls Sie jetzt erst heimgekommen sind, passen Sie auf, sind nur nicht oft in der österreichischen Liga oder im österreichischen Cup. Ja, hier hat es der Fußballgott gut mit uns gemeint. Einstudiert, Hoffenheim, Burgstahler, dann natürlich herrlich für den Drahtzahn und der nimmt voller Risiko. Der Junge allerlinke Kleber und die Justikmars, bumm, von das träumt man. Inwieweit einstudiert, nämlich auch so, dass er den Ball aus der Luft nehmen und uns Drahtzahn? Ja, das möchte ich, das ist noch schwierig als einstudiert.